Musik 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 Das Museumsfest ist eine Erfindung, sage ich jetzt mal, oder eine Idee der Arbeit des Arbeitskreises Museumspädagogik und des Städtischen Museums. Und wurde vor zehn Jahren das erste Mal, also 2005, durchgeführt. Also wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Wir bringen die Stadt sozusagen ins Museum und zeigen denen, was Geschichte alles für Facetten haben kann. Musik 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 Musik